Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Auf geht's! Der erste Weiß kommt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. und alle Aktivitäten, die uns im Berge erzählt haben. Minus 8 Grad. Eizpleyer, Clifford oder die Letcherone. Dann auch viel Spaß, genießt es und falls ihr Fragen habt, einfach schnell an Fragen. Danke. Vielen Dank. So, mit der sind wir hochgekommen, weiße kalt ist es, und irgendwann geht es mit der runter. Und unten wird Schnee geschippt. So, es ist so hell, dass ich hier gar nicht sehen kann, ob ich was aufnehme, oder dass ich was aufnehme. Ach, ich bin drauf. Ach, ich bin drauf. Hoch. So, die Hängebrücke erreicht, und die wackelt, und wackelt, und wackelt. Und jetzt nochmal. Also, dreitausend Meter hoch. Da bin ich drauf. Also, wir frieren bald die Pfoten ab. Es ist alles vereist und sonst was. Dreitausend und zwanzig Meter hoch. Und mal sehen. Also schön ist es. Wunderbar. Die Inder schon hier zu sein. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht hinfliege. Alle Arten von Belustion gibt es. Auch die sind aus Rotchina. Ich bin an der Grätschergrotte. Alles Eis. Alles Eis. Alles Eis. Alles Eis. Eis. Alles Eis. Alles Eis. Alles Eis. Alles Eis. Und. Hier sieht es hell aus. ich mache. Ich ganz. Ja, mach ich doch. Ich hoffe. Ja, schön. Alles klar. Alles klar. In der Grätscherhöhle. Jawohl, machen Sie noch ist Siegeszeichen. so ein ausgang erreicht mama mir war das mit lange um den kopf anziehen eine lange höhle also da sind wir angekommen hier ist dann die gletscher das bin ich alles im gletscher gelaufen einmal händewärmen so das war die bahn und jetzt geht's ab nach ohne die nächste corona wartet schon oh oh Scheibe Nio Nio, Herr Nio Nio.